so leute da bin ich wieder ich habe mich jetzt schon beeilt hier ja sieht sehr schön aus ich weiß dass die Mienen auf dem Grund liegen die Doppelgarten, die Dörter sind verraten wir haben Nachtwichtgeräte am Morgen hui jetzt habt ihr dann Nachtwichtgeräte für immer Leute, ein Statusbericht wäre wirklich hilfreich ich bin auf der Anselkette ist das hilfreich genug? das ist sehr hilfreich, ja gut zu wissen, dass wir auf der gleichen Wellenlinge sind wie geht's dir, mein Sohn? wir sehen uns bald dann sag ich's dir weg ein Haufen Arschlöcher wir machen hat die Klappe runter ja so ähm so ähm so ähm jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen ohne Aufmerksamkeit zu regeln so so ähm so ähm so ähm so ähm so ähm 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 so ja 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 kein Problem hey okay ähm 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 Hmm. Einfach verlocken. Hey! Keine falsche Bewegung! Okay. Okay. Hey, habt ihr da schon nachgesehen? Ich checke das. Komm schon, sucht mich! Los, da drüben nachsehend! Sucht überall! Oh! Sucht weiter! Okay. 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 Ja man muss immer ein bisschen riskant sein Der drüben! Er geht weg hier kann ich gerade groß machen genau ich bin da hinten am arsch wird jeser hier Also ein Handy, ey, ist echt praktisch so ein Scan-Gerät. Boah, hätte ich den letzten Affe jetzt mal... Ach, ruhiger gekillt, ey, das rieb ich jetzt halt auf. Das ist kacke, da. Der geht dahin, wo ich den gerne haben möchte. Schalt ihn ab! Schalt ihn ab, los! Huch. Da, geht down, du alten Drecksack. Da drüben! Hey, hier! Das ist nix, das sind nur Pfeile und Handschellen. Hier lang! Wir haben ihn! Hatsz ihr nicht mehr alle! Da ist er lang! Da ist er lang! Da ist er lang! Scheiße! Verdammt! Halt! Keine Bewegung! Alles klar. Ja. Hab ich das erreicht, was ich erreichen wollte? Gut. Scheiß Alarmmelder hier. Das ist kack scheiß Teilgerät. Hab ich zwar etwas in Schwierigkeiten... Ach du Kacke. Okay. Wann nicht die Konsole öffnen? Nein! Rock, was für ein kranker Kerl. Gut. Tja, haben wir dann auch schon den... ...Ein gefunden. Ich denke mal, ich gehe links lang. Weißt du überhaupt welche Fäden die ich in der Hand halte? Was passiert, wenn es mich mal nicht mehr gibt? Darüber habe ich noch nie nachgedacht hatten. Nein, hast du nicht! Sieht aber wirklich schön aus hier. Also hier wohnen ist auch was Feines. Aber das Problem ist dann halt wieder... ...Kritte, wie kommst du an Essen? Wie kommst du an Essen? Boah. Wir haben unsere Befehle! Wir haben unsere Befehle! In der Tat! Dorn will auch fahren! Verstanden? Also kriegt er auch fahren! Okay, was? Ey, verarschen? Ey, voll die Verarsche, ey. Ich sag, Hände hoch und der andere raftert nicht von ihrem Verarschen. Egal, ich bin ja wieder hier. Okay, sind alle markiert, ja. Auch gut, ey. Oh Mann. Okay, ganz ruhig. Ja, deine Hochzeit kannst du jetzt weiter träumen. Geht das gerade fixer, als ich gedacht habe. Könnte ich direkt das scheiß Gerät ausmachen. Nice. Ah, ja, ja, kein Problem. Der dürfte eigentlich kein Hindernis sein. Wir sind ja eh alle blind hier. So ein Anlager, so. Okay. Aha, ein Dokument. Mahnungen des Finanzamts. Kein anderer kann doch was vor mir schützen. Okay. Party. Skatze, skatze. So, dann will ich jetzt mal auf jeden Fall gucken, dass ich die anderen auch irgendwie da leise ausschalte. Weil ich hab keinen Bock hier wieder auf so viel Terror. Eine Kugel. Keine Bewegung. Ja, ja, kein Problem. Den haben wir gut abgelenkt. Da kann ich jetzt schlecht einfach durchbrechen. Keine Bewegung. Oh, oh, okay. Falsche Taste. legt mich irgendwo hin er war jetzt knapp dort falls richtig knapp ich hatte es echt zweifel das hat schiefgeht okay alles ist dann noch die anderen beiden in der mitte verhaften dann bin ich hier auch schon in diesen abschnitt weiter das ist eine waffe und runter so habe ich auch alle verhaftet